Angela Merkel wurde heute zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Meine Stimme hat sie nicht bekommen, hat viele Gründe. Ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, dass dieses Weiter-so, eine Politik, wo man keine richtigen Schwerpunkte hat, wo man auch viele Entscheidungen nicht trifft, dass es damit weitergeht. Aber es geht auch, glaube ich, um etwas Prinzipielles. Wir haben das gesehen, 1961 mit Adenauer, 1994 mit Helmut Kohl, jetzt 2018 mit Angela Merkel, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik immer Politiker gab und gibt, die nicht aufhören können. Und das ist, glaube ich, keine gute Sache für unsere Demokratie. Und wir müssen auch zukünftige Bundeskanzler in Anführungszeichen dazu zwingen, dass sie auch aufhören dürfen. Und dieses Aufhören dürfen könnten wir wunderbar hinbekommen, indem wir einfach eine Amtszeitbegrenzung in Zukunft ins Grundgesetz machen. Zwei Legislaturperioden, von mir aus auch zweimal fünf Jahre, dann kann man die wichtigen Entscheidungen, die in der jeweiligen Zeit getroffen werden, durchziehen. Da muss man, wenn es darauf ankommt, auch nicht Rücksicht nehmen, sondern trifft dann seine Entscheidungen. Aber diese langen Kanzlerschaften, man sieht es jetzt ja auch bei der Koalition, viele sehen sich ja danach, dass die nächste Generation auch dann die Möglichkeit hat zu gestalten. Solche langen Amtsperioden, die möchte ich nicht mehr. Machen wir es auch so, wie auch beim Bundespräsidenten. Zwei Amtszeiten und dann darf man in den verdienten Ruhestand gehen oder etwas anderes tun.